Big Trouble in Little China. Was wollen die hier? Was man dann zu sehen bekommt, ist ein wirklich überbordendes Fantasy-Kung-Fu-Action-Märchen, wie man es zuvor wahrscheinlich wirklich noch nie gesehen hat. Denn es ist im Grunde vor allem auch eine Parodie auf all diese Genres. Und das ganz Besondere daran, sie handelt von einem Star, der sich selbst als Hauptdarsteller in der Geschichte sieht, in Wirklichkeit aber eher der Sidekick ist. Denn Jack Burton bekommt im Grunde absolut nichts auf die Reihe und hat auch keine Ahnung, was da eigentlich geschieht. Und Sie können abhauen und das Universum von jenseits des Grabes beherrschen. So ist es! Und für alle, denen bei solchen Filmen vielleicht doch mal zwischendurch ein kleines Trinkspiel gefallen würde, immer einheben, wenn Jack Burton eine dumme Frage stellt.